In Frankenthal Kisomba tanzen lernen. Hier in diesem Video geht es darum, dass du Kisomba tanzen lernst im Umkreis Frankenthal. Wunderschönen guten Tag dir, sei gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich liebe es, deshalb machst du das Video, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tänzerisch ihre Ziele erreichen. In Bezug auf Kisomba möchte ich, dass du tänzerisch im Bereich Kisomba deine Ziele auch erreichst. Ich möchte dein persönlicher Kisomba-Tanzlehrer werden, dein Kisomba-Privat-Tanzlehrer beziehungsweise dein RTV IHK World Dance Consult Gütesiegel ausgebildeter, ausgezeichneter Prädikats-Tanzlehrer. Kurz, dein Kisomba-Tanzlehrer. Wenn du dir vorstellen kannst, über Kisomba-Privatstunden in deinem Eigenheim im Umkreis Frankenthal bei dir zu Hause oder an einem anderen von dir frei zugänglichen Wunschort, an dem ich dann hinkomme, das heißt, überall da, wo du mich haben möchtest, fahre ich dann hin und bringe dir dann vor Ort dort das Kisomba-Tanzlehrer bei. Wenn das für dich interessant ist und das für dich eine Lösung sein kann, dann habe ich einen großen, starken Vorschlag an dich. Lass uns für deinen Kisomba-Erfolg in Kontakt kommen über die Nummer 017684044661 oder über das Kontaktformular. Hier zwei Möglichkeiten, damit du zu deinem Kisomba-Erfolg kommst. Ich möchte dein Kisomba-Wegbegleiter sein, dein Kisomba-Katapult und dich bei mir im Katapult aufspannen und in dein Ziel des Kisomba-Tanzens hineinkatapultieren beziehungsweise dafür sorgen, dass du deine Kisomba-Ziele erreichst. Also lass mich dein Kisomba-Tanzlehrer sein. Hier die Möglichkeiten für den Kontakt, die 017684044661 oder der Start über das Kontaktformular. Wir suchen dann miteinander ein Gespräch und hier schaffen wir dann ganz viel Klarheit und sorgen dafür, dass du im Bereich Kisomba-Tänzerisch deine Ziele erreichst. Lass uns loslegen 017684044661.